Mosaix bringt uns und unseren Kunden im Wesentlichen zwei Vorteile. Ich bekomme alle Daten aus unterschiedlichen Silos in einer Übersicht dargestellt, aus dem Lebenszyklus der Immobilie. Und es ermöglicht mir, endlich auf diese Daten auch zuzugreifen und damit neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, die über das Ich-habe-Steine und Ich-verkaufe-Steine deutlich hinausgehen.